Pies meine Freunde was geht ab? Ich hoffe euch geht es einem gut, mir auf jeden Fall. Ich bin heute beim ersten Spiel in Hamburg dabei. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Meine Prognose ist, dass Schalke heute 2-1 gewinnt. Und für einen weiteren Verlauf sehe ich Schalke als Favorit zum direkten Aufstieg mit HSV, Pauli und Hertha. Das sind so die Favoriten für mich. Ich weiß, das sind vier und es sind nur drei möglich aufsteigen. Aber da wären so meine drei, vier Möglichkeiten die aufsteigen könnten. Hamburg versucht das glaube ich nicht jetzt zum fünften Mal. Aber egal. Ich schätze mal, dass das ein spannendes Spiel wird auf jeden Fall. Mit viel Action und ich bin halt auch das erste Mann Hamburg. Ich freue mich riesig drauf. Schreibt gerne mal eure Meinung in den Kommentaren wie ihr so denkt was heute Schalke Hamburg macht. oder generell. Wer aufsteigt, wer absteigt und so. Meine Favoriten zum Abstieg ist Elversberg, Wiesbaden und Osnabrück. Aber mal gucken. Wir sehen uns dann im Stadion. Ich mache dann auch noch ein paar Highlights. Ich versuche auch Tore aufzunehmen. Ja und wir sehen uns dann. Ciao.